Es ist 22 Uhr, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten. Die Anti-Regierungs-Proteste in Russland gehen weiter. Nach nunmehr zwei Wochen voller Proteste, gewaltsamer Auseinandersetzungen und zahlreicher Inhaftierungen von DemonstrantInnen ist immer noch kein Ende in Sicht. Der russische Präsident, der heute von einem Staatsbesuch in Frankreich zurückkehrte, forderte noch am Flughafen ein Ende des Vandalismus und kündigte ein härteres Vorgehen gegen die Unruhen an. Wissen Sie was? Es ist völlig egal, ob Sie das hier wissen oder nicht. Sie nehmen es zur Kenntnis. Vielleicht ärgern Sie sich auch darüber. Dann machen Sie sich noch ein Bier auf und gehen ins Bett. Wir haben uns der Ungerechtigkeit ergeben. Wir haben uns damit abgefunden, dass die Entscheidungen an anderen Stellen getroffen werden. Dass die Demokratie keine Demokratie ist. Dass wir maximal ausbaden können, was andere uns eingebraucht haben. So sehen wir uns. Wir sind die, die alles ausbaden. Und so sind wir am Leben. Aber wir haben keine Ideen für dieses Leben. Wir, wir übernehmen keine Verantwortung für dieses Leben. Wir kümmern uns um uns selbst und sehen zu, wie um uns herum alles mutiert und krepiert. Und wenn uns selbst mal was Schlimmes passiert, dann sagen wir uns, aufstehen, weitermachen, durchhalten, nicht aufgeben. Aber ich frage Sie, warum ist das alles? Was für dich? Was für dich!